Ich zeig dir jetzt erstmal, was du schon mal gesehen hast. Das hier ist vom Verein. Dann können wir jetzt nochmal einen Tiefrost suchen. Machen wir mal so, noch ein bisschen höher noch. So ein bisschen den Lok schuppen damit. Durch die Hand ist noch so ein Bild. So, jetzt zeig ich dir ein schönes Bild von der Lok einmal. Jetzt können wir noch was dazu schreiben. Schreibst du Vorbereitungen laufen für den kommenden Lehrlingseinsatz? Kann man das eigentlich noch, wenn du das hier geschrieben hast? Bei Facebook kann ich das nochmal korrigieren, wenn ich einen Fehler drin habe. Kannst du das hier auch? Bei den Beiträgen ja, bei der Story jetzt nicht. Also sollte man auf Rechtschreibung aufpassen. Ach, das kannst du auch noch so schieben? Ich kann das alles noch drehen, ich kann das größer, kleiner machen. Eigentlich wie Facebook. Aha, muss eben ein anderer Kanal. Genau. Und halt mehr auf Bilder fokussiert. Ach so. Jetzt kannst du hier unten auf deine Story drücken und dann kannst du es so hochgeladen. Aha. Hier. Genau. Dann wird es jetzt so hochgeladen. Gut.